So, jetzt dürften wir live sein. Herzlich willkommen zur zweiten Gästepräsentation der zweiten DFA Fotodialoge. Ich übergebe hiermit das Wort an unseren Präsidenten Ingo Tauporn. Bitte schön. Ja, ich begrüße auch alle Teilnehmenden. Diejenigen, die schon bei der ersten Runde dabei waren, werden jetzt die Worte von mir wiederholt hören. Aber kurz gesagt, die Deutsche Fotografische Akademie zeichnet sich ja gerade eben halt durch Live-Tagungen aus, in dem also sowohl die Mitglieder als auch Gäste ihre Arbeiten einer breiten, interessierten Publikum, vorstellen und gemeinsam diskutieren können. Das passiert jetzt, leider in Zeiten der Pandemie, online mit den Fotodialogen. Diesmal sogar die zweite Ausgabe und freue mich, dass Anna Ehrenstein zugeschaltet ist und ich übergebe jetzt an Boris Eldaxen, der hier der Host ist und Anna vorstellen wird. Herzlich willkommen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, schönen guten Abend. Ich mache die Vorstellung für Anna sehr kurz, obwohl wir uns doch schon sehr lang kennen, nämlich fast fünf Jahre. Wir haben uns damals über Birte Kaufmann kennengelernt, auch ein DFA-Mitglied und haben bei einer DFA-Veranstaltung und auch mal in Aal mehrmals die Unterkunft mit anderen Kollegen und Kolleginnen geteilt. Ich fand die erste Arbeit von Anna, Tales of Lipstick and Virtue, die dann auch sehr schnell sehr bekannt wurde, schon sehr stark. Und Anna hat in Dortmund Fotografie studiert und dann in Köln an der Medienkunsthochschule nochmal Postgraduate Studies in Media Arts draufgesetzt und sie hat auch eine Kuratorial School in Malta gemacht und ein Kuratorial Intensive in Lagos auf der Biennale. Momentan wurde ihre Einzelausstellung in CO Berlin eröffnet. Anna ist jetzt repräsentiert von der KW Galerie in Berlin, hat eine kommende Einzelausstellung in Linz und über ihre Kunst sprechen kann sie am besten selbst. Deswegen freue ich mich jetzt auf den Vortrag und übergebe an Anna. Bitteschön. Hallo. Ja, es freut mich absolut erstmal diese grandiose Vorstellung hier. Jetzt habe ich eigentlich gar nichts mehr selbst zu mir zu sagen, nachdem Boris das schon so unglaublich charmant und nett gemacht hat. Und damit ich aber nicht zu lange über meine Praxis rede und mich darüber freue, dass ihr euch hier die Zeit nehmt, mir zuzuhören, fange ich mal an mit einem Screensharing und gehe jetzt hier in dieses Preview, um euch ein paar Projekte meiner Praxis mitzubringen oder auch genau visuell zu zeigen. Wie Boris gerade schon gesagt hat, ich habe zuerst Fotografie in Dortmund studiert und dann mich mit Medienkunst und Kuration auseinandergesetzt und glaube, dass meine künstlerische Praxis deshalb auch viele Methoden von beiden Welten mit in meine fotografische Praxis bringt. Ich bezeichne mich selbst auch als interdisziplinäre Künstlerin, die mit fotografischen Praxis arbeitet, aber auch mit Kuration und Kollaboration. Und genau das Projekt, von dem Boris gerade kurz gesprochen hat, ist das erste Projekt, was ich euch mitgebracht habe, Tales of Lipstick and Virtue. Und das ist ein Projekt, in welchem ich mithilfe von verschiedenen Gebrauchsweisen der Fotografie, aber auch Bewegtbild, Installation und Skulptur, die Frage nach dem, was ein authentisches Objekt, ein authentisches Subjekt ist, also ein authentischer Mensch, ein authentisches, ein authentisches dreidimensionales, nichtmenschliches Wesen und das durch die Linse von Fake Bitches und Fake Gucci in meiner zweiten Heimatstadt Tirana. Und diese Arbeit, wo man sieht, dass sie auf der einen Seite skulpturale Elemente hat, auch immer wieder Elemente, wo Objekte aus den Fotografien, wie zum Beispiel hier sieht man teilweise diese Boxbraids, die Haare, die dann soziopolitisch untersucht werden und Teil von Skulpturen werden, in denen es um Thematik wie Authentizität einmal dadurch geht, dass ich mit Fake-Textilien gearbeitet habe und mit Frauen, deren Selbstdarstellung von bestimmten Personengruppen als artifiziell bezeichnet werden könnte und die ein gewisses Verhältnis zu materieller Kultur haben und die aber auch verschiedene Formen der Aneignung, ob das jetzt von Internetkultur oder von afroamerikanischer Kultur betreiben. Das heißt, hier sieht man zum Beispiel eine Skulptur, einen Wandteppich, der aus Haaren gemacht wird, die man sonst eigentlich benutzt, um Boxbraids zu flechten. Das ist diese Frisur, die man hier auf der linken Seite sieht. Und in der Debatte um kulturelle Aneignung ist es eigentlich so, dass kulturelle Aneignung nur von einer dominanten Gruppe wirklich betrieben werden kann. Das heißt, sobald quasi eine Gruppe, die nicht dominant aneignet, sagt man, geht es dann eher um eine Kreolisierung. Und genau diese Machtbalancen sind Dinge, die mich in diesem Werkkontext interessiert haben, als auch die Frage, wenn ich jetzt ganz viele Fake-Textilien einkaufe und die zu Pseudowerbung arrangiere, was macht eigentlich das Fotografische in dem, also zum Beispiel, wenn man jetzt wie auf der rechten Seite sieht, dass Marken, die auf einer flachen Oberfläche anders funktionieren, als Marken im dreidimensionalen Raum funktionieren. Wie ist da Werbefotografie eigentlich Teil des Ganzen und wie wird die gebrochen? Und dann komme ich schon zu einem zweiten Zyklus, den ich mitgebracht habe, der diesmal nicht wie das vorherige Projekt über mehrere Jahre Recherche lief, sondern es war eine Commission für das Fotomuseum in Winterthur vor zwei Jahren. Und was die beide aber gleich haben, ist, dass es in beiden Projekten um Authentizität als kulturelles Wertungssystem verschiedener Kulturen geht und auch Authentizität als Währungsmechanismus. Währung, damit meine ich, dass in einer Zeit in der Digitalisierungsprozesse immer stärker werden, ist abgesehen von Phänomenen wie Fake News auch die Frage nach Authentizität immer weiter, Währungsmechanismus. Das heißt zum Beispiel Authentizität im Sinne von, wie vorher, intellektuelles Eigentum, aber auch Authentizität im Sinne von, wie man hier sieht, hier geht es auch um Fake Textilien. Hier geht es aber auch darum, im Hintergrund dieser Installation, in der ich selbst in einem Hijab 3D gescannt wurde und in der eine Videoarbeit auf den Smartphones läuft, die quasi so, man sieht das ab und zu in Nachbarschaften, in denen es viele muslimische Frauen gibt, dass man das auch ganz praktisch als Telefonhalter benutzen kann, was mich auch inspiriert hat, dazu diese Skulptur zu machen, sind die Hintergründe hier, die Collagen von sogenannten Buster-Accounts sind. Und auf der anderen Seite, das sind Lentikularbilder, also Flip-Wackelbilder, die ich Hand aufziehe im Studio und dadurch entsteht sowas wie eine Art von dritten Bild. Also während zum Beispiel ein klassisches Wackelbild sich von A nach B trennt, ist es so, dass bei diesen Lentikular-Drucken, die mit der Hand aufgezogen sind, beide Bilder konstant zu sehen sind. Das heißt, es trennt sich nicht klar, sondern man sieht quasi diese Wellenformen und dadurch entsteht eine Form von drittem Bild und auf der einen Seite des Bildes sind diese Buster-Accounts zu sehen, von denen ich gerade gesprochen habe. Und Buster-Accounts, das sind Accounts, die Fotos von Textilien zeigen und dann anhand der Fotos erkennen, ob das jetzt ein Fake oder kein Fake ist. Das heißt zum Beispiel einer der Accounts hier, das ist Yeezy Buster, heißt dieser Account. Yeezy ist eine Form von Sneaker, der dann tausende Fotos von Celebrities oder mehr oder weniger bekannten Leuten hochlädt und sagt, dass er anhand dieser Fotos erkennt, ob das eigentlich authentische Sneaker sind oder gefakte Sneaker. Und für mich ist das so spannend, weil auf der einen Seite das eine direkte Folge von digitaler Fotografie ist, die das Bedürfnis, das quasi das Reale, das Authentische zu sehen, simultan aber auch intellektuelles Eigentumsrecht, wie auch schon in der Arbeit davor für mich interessant ist, weil das eine Form von neokolonialem Instrument ist, wo ein westlicher Autor, theoretisch quasi der Fabrik, die produziert, erklärt, was ein authentisches Objekt ist und was nicht das authentische Objekt ist. Und was für mich spannend ist, wie damit historische Machtrepräsentation, Machtlinien reproduziert werden. Und das sieht man auch daran zum Beispiel, es gibt ein drittes Projekt, was ich jetzt nicht mitgebracht habe, wo ich mich auch mit der Thematik beschäftigt habe, wo ich Exotika im chinesischen Raum, also auch Fake-Textilien bearbeitet habe, mit Leuten Interviews geführt habe, dass diese Textilien oft in den gleichen Fabriken produziert werden wie die Fake-Textilien und dann tagsüber quasi die Sachen auf den normalen Markt gehen und abends auf den illegalen Markt und dass aber diese Art des Kopierens mit bestimmten Kulturen in Zusammenhang gebracht wird und eine Form von verspäteter Modernität auch eine Form des Kopierens ist. Das heißt, dass zum Beispiel des einen Kulturs Kopie als Fortschritt gelesen wird und des anderen Kulturs Kopie als Rückschritt und als Nachahmung. Und das sieht man dann auch, ähnliche Gespräche, ähnliche Gedankengänge sind dann Teil dieser Videoarbeit, die man hier sieht, wo es auch dann viel um kulturelle Aneignung und die Frage geht, welche Formen von Authentizität wir als Gesellschaft befürworten und welche Formen der Kopien legitimisiert sind, während andere Formen der Kopien verurteilt werden. Und die Arbeit, über die Boris gerade schon kurz gesprochen hat, die gerade im CO Berlin auch gezeigt wird, ist eine der ersten Arbeiten, wo es für mich ganz persönlich auch wichtig war, die Idee des singulären Autors zu hinterfragen. Das heißt, während ich zum Beispiel in der Tales of Lipstick and Bird Hue auch mit insgesamt, glaube ich, 80 Frauen gearbeitet habe, wo dann an der Langzeitzusammenarbeit von vielleicht zehn Frauen, mit denen ich immer noch ab und zu an ortsspezifischen Projekten arbeite, trotzdem unter meinem eigenen Namen lief, weil Albanien im Kontext ist, in dem 95 Prozent meiner Familie sitzt und in dem ich anders navigieren kann, ist dieses Projekt, welches im Senegal, in der Hauptstadt Dakar, über Technologie und Migration spricht, zusammen mit Nyamwati Gitschau, Lydia Likibi, Sali Oba, dem Modekollektiv Donkafele und Awasek entstanden. Und das ist eine Kollaboration, die jetzt auch drei Jahre lief und in der es ganz signifikant war, dass ich mich erst mal zurückziehe und durch eine Prozesshaftigkeit das Konzept entstehen lasse. Das heißt, während es bei anderen Projekten, die weniger kollaborativ sind, aber auch mit Personengruppen, die nicht ich selbst bin, arbeite, ist es bei Projekten, wo mein Körper so eine Art von Fremdkörper, wie zum Beispiel im westafrikanischen Kontext, wo ich da das erste Mal unterwegs war, als ich das Projekt angefangen habe, für mich ganz wichtig, dadurch, dass ich keine Journalistin, sondern Künstlerin bin, dass ich respektiere, dass mein Wissen lokalisiert ist. Das heißt, dass mein Wissen aus meinem Körper kommt und über Kontexte, die nicht meine eigenen sind, sehr schwierig Urteile finden kann. Auch schon über Albanien oder Deutschland Urteile zu finden, fällt mir schwer. Aber da hat es dafür gesorgt, dass wir dann das eigentliche Konzept, darüber, wie wir arbeiten, durch viele Sitzungen in Cafés gefunden haben. Tools for Conviviality ist aus dem gleichnamigen Buch. Und zwar heißt das Buch von Ivan Illich auch Tools for Conviviality, Werkzeuge der Geselligkeit. Und das ist eine Kritik aus den 70er Jahren, die zur Zeit des Kalten Krieges eigentlich die Instrumente des Postfordismus analysiert hat und Instrumente einer Gesellschaft eingeteilt hat in Werkzeuge, die Menschen zusammenbringen und Werkzeuge, die Menschen unter Kontrolle stellen. Und es ist so, dass ich auf diese Theorie gestoßen bin über einen Wissenschaftler, der heißt Paul Gilroy, der im Raum der UK von England sich diese Werkzeuge der Geselligkeit angeschaut hat, weil er den Begriff Konvivialität viel benutzt. Konvivialität, Geselligkeit ist eine Alternative zur Idee des Multikulturellen oder des Kosmopolitischen. Und zwar ist es so, dass nach einer gewissen Zeit wurde die Idee des Kosmopolitischen kritisiert, dadurch, dass es im Kosmopolitischen eine dominante Kultur gibt, der sich andere Kulturen unterordnen müssen. Und in der Konvivialität wird davon ausgegangen, dass Kulturen horizontal ebenerdig miteinander arbeiten, sich gemeinsam beeinflussen. Das ist also quasi eine Kritik an der Idee der Integration an einem dominante Hegemonialmacht. Und in Dakar ist es so, im Senegal, dass man ohne Pass, also nur mit einem ID und auch kein Visum arbeiten kann. Und noch dazu hat der Senegal eine relativ stabile politische Lage im Vergleich zu vielen umliegenden Ländern und eine sehr wichtige Kulturszene seit vielen Jahrzehnten. Das heißt, die fünf Leute, mit denen ich zusammen gearbeitet habe, sind aus anderen Kontexten nach Dakar migriert, um da in der Kulturszene zu arbeiten. Und über diese Werkzeuge der Geselligkeit, die mal positiver, mal negativer sind, haben wir in der Videoarbeit, die 360 Grad ist, zusammengesprochen und haben da einzelne Themenkomplexe aus dem, was Illich in diesem Buch beschreibt, quasi 70 Jahre später reflektiert. Und genau, das ist ein Screenshot aus dem Video, was ich auch gleich ganz kurz euch eine Drei-Minuten-Fassung, der eigentlich 16 Minuten zeigen werde. Und es ist so, dass abgesehen auch von einer Künstlerpublikation, die wir gemeinsam gestaltet haben, wo wir gemeinsam Gespräche geführt haben, wichtig war, dass ich mich auch visuell nicht aus diesem Werk lösche. Das heißt, während bei vielen anderen Projekten von mir, die jetzt auch in anderen Kontexten stattfinden, ich vielleicht eher in den Hintergrund trete, ist es bei diesem Projekt wichtig gewesen, dadurch, dass es eine Zusammenarbeit in einem Team war, dass man, wie man hier sieht, ich quasi nicht die Szenen rausgeeditet habe, in denen ich selbst in Dakar zu sehen bin, sondern dass man dieses Subjekt, welches quasi gleichzeitig Autor und Subjekt ist, auch als Teil des Videos sieht und dass das eine Möglichkeit ist, zu betonen, dass mein Blick nicht neutral ist, sondern mein Blick kommt als Blick eines Außenstehenden. Und genau, ich glaube, wenn Jürgen hatte das Video, glaube ich, da wäre das jetzt, glaube ich, ganz nett, wenn wir das einmal einspielen könnten. So tun wir das. Oh mein Gott, ein Wellness Center, ja, ein Nature-Based Wellness Center. Ja, das ist so. Und in dieses Wellness Center, ja, should ich describe es? Ja. So it's basically, think like a hospital, but instead of it being chemicals and synthetic products and treatments, it's all nature-based. So in this one building, and the building doesn't have to be looking like a hospital, my dream would be a treehouse. So you have different levels and it's very, very nature-based. And so in there you have, if you want to see a natural path, they've got an office there, Reiki Healer. And the realization of space is a day-to-day reality. I've got a lot of people in this year. We want to see a lot of people who are working on ourstate and we want to see a lot of people who are all doing here. We want to see a lot of people, you know, in the same middle, they're about to see a lot of people who are looking at it. Because people are looking at it for the main company that is looking for it for the main medication. And our partners are looking for their needs and for the main company But there's no problem you can see also. In 1973, Spiritual Boss Babe Ewan Illich wrote his famous text, Tools for Conjubility. In this text, he critiqued the panoply of elite-controlled science and technology accumulation and asked for use of tools that bring together an individual's independence and creativity. Super, danke schön. Genau, also das war ein Ausschnitt aus der 360-Grad-Videoarbeit, die im Rahmen dieses Werkzyklus auch gerade in einer Ausstellung zu sehen ist. Und 360-Grad war für mich auch wichtig. Man sieht in einer Stelle in der Videoarbeit so einen Moment, wo Mark Zuckerberg, der Chefe von Facebook, in Puerto Rico nach einem Hurricane steht. Und das war eine Szene, wo Facebook die 360-Grad-Videooption bewerben wollte auf dieser Plattform. Und Mark Zuckerberg sagt dann, Also er beweihräuchert und bespricht ganz positiv, wie man quasi den Horror des Hurricanes durch 360 Grad richtig sehen kann. Und das ist in der Videoarbeit die einzige Found-Footage-Szene, weil die Videoarbeit quasi eine Reaktion auf diese Idee ist, dass 360 Grad den Voyeurismus des Leidens des Anderen jetzt richtig ermöglichen sollte. Und dadurch sind auch diese ganzen Surrealismen eingebaut, die Teil der Arbeit sind, wie zum Beispiel man auch in den Skulpturen hier sieht. Das heißt, hier auf der rechten Seite sieht man noch ein paar dieser Skulpturen. Die Fotografien selbst werden kollagiert mit Technologien wie Bad-Photoshopping oder billigen Glitch-Apps auf dem Telefon oder online, die dieses Künstliche und Artifizielle betonen als Kommentar dazu, wie nicht Medien Realität abbilden, sondern wie Medien Realität produzieren und Menschen produzieren. Und die natürlich auch eine Möglichkeit der Verneinung, der Idee, dass es durch diese Werkzeuge die Möglichkeit gebe, für mich eine objektive Realität abzubilden und die Betonung des Surrealistischen und Prozesshaften und Subjektiven. Und genau, die Fotografie wird immer wieder als Übersetzung in den Raum oder auf verschiedene Plattformen übersetzt. Hier ist es so, das ist eine Website, die in einer der Ausstellungen die VR-Arbeit quasi gezeigt, dass man sie mit einem QR-Code scannen konnte und dann auf seinem eigenen Telefon über die Website betrachten. Es gab eine zweite Ausstellung, wo sie in VR-Headphones gezeigt wurde, in die man sein eigenes Smartphone einlegen konnte und man quasi ein immersives Erlebnis hatte. Und jetzt ist es so, für die Ausstellung bei CO haben wir eine 180-Grad-Übersetzung in den Raum gefunden. Das heißt, statt, dass man das Video, ich kann es hier nochmal zeigen, das ist hier auf der rechten Seite, ist es quasi, ist das Video in den Raum projiziert. Und das ist ja eigentlich was relativ Unübliches, dass man für eine Arbeit nicht eine Form der Setzung hat, sondern dass man die auch in verschiedenen Ausstellungen auf verschiedenen Arten und Weisen zeigt. Und es ist für mich eine Möglichkeit, einmal ortsspezifisch mit den Ausstellungsgegebenheiten zu arbeiten, auch mit der Art von Besucher, wie affin ist die Besuchergruppe, sich jetzt wie Astat aufzusetzen, aber auch auszuloten, wie eine unterschiedliche Übersetzung in den Raum eine ganz andere Leseweise des Projektes zeigt. Und weil dieses Projekt so viel mit Barrieren arbeitet, also zum Beispiel ist es so, dass in dem Video verschiedenste Sprachen gesprochen werden, man sieht, ich verstehe weder kein Französisch, ich verstehe kein Wolof, alles ist so ein bisschen lost in Translation. Und so sind auch die Übersetzungen im Raum und die Übersetzungen in den Glitch. Das heißt, in der Videoarbeit, wenn man sich das in VR anschaut, bekommt man immer nur so ein Teil mit. Und dann ist mal hier ein Fenster, ist mal da ein Fenster und genau, so ist der Plan des Ganzen. Und den letzten Zyklus, den ich euch mitgebracht habe, bevor ich hier die 20 Minuten ganz arg überschreite, ist der neueste Zyklus. Das ist ein kollaboratives Projekt, was gemeinsam mit einem Voging-Kollektiv letztes Jahr in Kolumbien entstanden ist. Voging ist eine Form des Tanzens, die aus der schwulen Clubkultur kommt. Und dieses Kollektiv ist ein Performance-Kollektiv, was House of Tupamaras heißt. Und so heißt auch der Werkzyklus Tupamaras Technophallus. Und der Werkzyklus ist auch auf eine Art der Experimentation gemeinsam entstanden. Es ist so, dass ich hatte eine Residency an der Universitat Nacional in Bogotá, in der ich mich mit Zirkulation von Wissen beschäftigt habe. Und der Frage, was in Digitalisierung eigentlich mit marginalisierten Gruppen besteht, die aus einer Wissenszirkulation vorher ausgeschlossen worden sind. Und es ist so, viele haben vielleicht schon was von Algorithmic Bias gehört. Das war eines der Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Also algorithmische Vorurteile, dass zum Beispiel an deinem fotografischen Bild bei Facebook erkannt werden kann zu 95 Prozent oder 90 Prozent, ob du homo- oder heterosexuell bist. Und wie eigentlich das zusammenhängt, dass eine bestimmte Personengruppe, zum Beispiel schwule Männer aus dem globalen Süden, nicht Teil einer Idee von, wie eigentlich Wissen konstruiert wird. Also Wissen als Link zu, deswegen heißt die Arbeit auch Technophallus, weil wir da die ganze Zeit, man sieht es hier, so ein bisschen in einem Flugzeug geschossen haben. Also der Link von Wissen zu patriarchalischem Wissenshervorbringend, Generative Knowledge, also quasi der Vermehrungsmacht. Und wenn man nicht Teil dieser Vermehrungsmacht ist, was für Folgen hat das eigentlich gerade in Zeiten dieses algorithmischen Bias für Menschen, die nicht der Personengruppe heterosexueller Mann zugehören. Und über diese Sachen haben wir dann in der Videoarbeit in Interviews gesprochen, wie das Kollektiv quasi diese Erfahrung im Plattformkapitalismus selbst macht. Aber auch, was ganz lustig war, ist, dass wir diese, genau hier sieht man auch nochmal das Flugzeug, was unser Drehort in Kolumbien war und den Namen uns Technophallus auch gegeben hat, dass wir diese Art von Konzept, die man quasi in Interviews hört und in Texten, die im Video gesprochen werden hört, in verkörpertes Wissen übersetzt haben. Und die Tänzer dann, die Hälfte der Videoarbeit sind Interviews, die andere Hälfte der Videoarbeit ist quasi eine Übersetzung der Konzepte in verkörpertes Wissen. Das heißt, es wurde dann Posthumon Pereo genannt. Also Pereo ist eine kolumbianische Art von Tanz. Und es wurde maschinell, außerirdisch, monströs, posthuman getanzt. Und diese Konzepte, die besprochen werden, dann auch in den Raum übersetzt. Es ist auch eine 360-Grad-Videoarbeit. Und genau hier ist eine Ausstellung vom letzten Jahr, wo auch ähnlich wie bei dem Projekt, was ich davor gezeigt habe, diese Materialisierung des Körpers im Raum, die Fotografie von der Wand in den Raum bringt. Und genau, das sind zwei der Arbeiten, wo für mich auch eine andere Form, man sieht es vielleicht hier ein bisschen, dass sich das Bild so zerrt. Ich habe in dieser Arbeit auf Textilien gedruckt. Und das war für mich eine Möglichkeit, dieses Glitschige, was man quasi bei Photoshop digital machen kann, als Materialität in den Raum zu übersetzen und quasi das Foto im Raum glitschen zu können. Und je nachdem, wie ich das dann an dieses Gestell hänge, so verzieht sich dann auch leicht das Gesicht der Person. Und ja, der Körper wird durch die Fotografie, aber auch durch diesen Satin-Stoff gemodelt und verändert und gemoldet. Und ja, das genau ist nochmal ein bisschen zu meiner Bio. Aber ich glaube, das reicht, wenn wir einfach über meine Arbeit genug gehört haben. Ja, das war sehr viel in sehr komprimierter Zeit. Und ich bin gespannt auf die Wortmeldungen und Fragen. Bitte schön. Den Screenshare wieder ausschalten, bitte. Ja, sehr gerne. Ah, ja. So. Es traut sich keiner. Das passiert auch ganz selten. Thomas. Moment mal. Ich habe mich zwar nicht gemeldet, aber wo du mich so nett eingeladen hast, jetzt was zu sagen, versuche ich das mal. Also das war ja wirklich eine sehr komplexe Darstellung der Arbeit. Also ich habe den Zusammenhang noch nicht so ganz, kriege den noch nicht so ganz hin. Aber was mir auffällt, ist, dass du einen sehr skulpturalen Umgang eigentlich mit Fotografie hast. Also ein sehr installativ, dreidimensional und sehr unklassisch eigentlich mit einem gerahmten Foto an der Wand sozusagen arbeitest, sondern Bilder und Videos, also Bewegtbild, Standbild, Fotografisches Bild, Installation und diesen ganzen Prozess, ja, geradezu dreidimensional irgendwie benutzt. Und insofern wäre jetzt meine Frage oder eine Frage bis hin eben zu diesem 360-Grad-Foyeurismus, diesen Begriff, den du ja eben selber genannt hast, den ich irgendwie auch ganz spannend finde. Ist das Foto so eine Art Modul eigentlich für einen Überbau, für eine künstlerische Gesamtkonzeption oder ist es dann ein Ausgangspunkt, der immer wieder auftaucht oder der sozusagen auch austauschbar durchaus ist oder wäre gegenüber anderen künstlerischen Techniken oder Herangehensweisen oder wo ist die oder ist die Fotografie als Fotografie tatsächlich irgendwo verortet in deinem künstlerischen Ansatz oder ist das eher so ein Baustein, einer von vielen, den man in der Arbeit findet? Ja, ich glaube schon, dass die Fotografie an sich eigentlich das Zentrale ist, dadurch, dass ich in größtenteils, vielleicht in 80 Prozent meiner Projekten in Zusammenarbeit mit Personengruppen arbeite, die nicht fiktiv sind. Also das heißt, es sind meistens keine Schauspieler oder Models, sondern es hat oft irgendwie einen soziopolitischen Ansatz, ob das jetzt mit anderen Migranten ist oder mit Fake Bitches wie mir. Genau, und dass die Fotografie natürlich da den Vermittler spielt zwischen verschiedenen Realitäten, den sie nicht, also ohne die Fotografie würde diese Art von Projekt nicht funktionieren. Die Fotografie ist da ganz zentral als Beweis, der kein Beweis ist in der Zusammenarbeit. Während zum Beispiel Werkzeuge wie Animationen, die auch oft benutzt werden, konzeptuell eine ganz andere Bedeutung haben. Das heißt zum Beispiel in der Arbeit, die im Senegal entstanden ist, sieht man viele der Werkzeuge einmal fotografiert, die im Senegal gesammelt worden sind, aber auch Animationen von Werkzeugen. Und das eine ist natürlich eine Referenz zu etwas, was quasi in einer anderen Realität, in einer physischen Realität, in einem Stadtraum existiert, ob das jetzt eine Person oder ein Eimer ist, den man irgendwie in einem Foto sieht, der gekauft wurde, während das andere ein 3D-Stock, was sich jemand erdacht hat und gezeichnet hat, mit dem ich dann arbeite. Und ich glaube, dass ganz fiktiv würden meine Projekte keinen Sinn machen und da ist das Fotografische ganz zentral. Ja, einer der meistverwendeten Begriffe von dir war ja auch Authentizität oder so. Ich meine, du hast irgendwie eigentlich immer wieder den Begriff erwähnt, was man ja nicht unbedingt erwarten würde, wenn man die Arbeiten sieht, die ja extrem mit Collage, Installation, mit sehr starken Verfremdungen arbeiten irgendwie auch. Deswegen erstaunt es natürlich schon, dass dieser Begriff so zentral irgendwie, das war wirklich so zigmal verwendet. Ich denke so, wie wird schon dein Verhältnis, also was spielt Authentizität eine Rolle? Ist das eine Art von Ironisierung der Authentizität? Oder ja, was spielt der Begriff wirklich für eine Rolle? Das habe ich noch nicht ganz irgendwie verstanden. Also ich glaube, für mich ist es spannend, dass wir Authentizität als etwas Gegebenes und nicht als etwas Bewusstes feststellen. Das heißt, oft in der Gesellschaft wird Authentizität oder Wahrheit als etwas, was unverändert, was von der Natur oder von Gott oder von wem auch immer, von Karl Marx Gegebene, die das quasi, die Notwendigkeit gesehen wird. Und dann auf der anderen Seite, aber ist die Frage, ob es quasi, wenn es jetzt um Identitätsbildung geht, nicht viel spannender ist, wenn man Authentizität als etwas Spekulatives und Bewusstes sieht, also als wie etwas sein könnte oder wie als Imagination sieht. Das ist das eine, was mich daran interessiert. Also die Frage quasi, ist es nicht viel authentischer, wenn eine Person oder ein Objekt sich bewusst überlegt, was es sein möchte oder was es sein kann? Und wo dann auch diese Idee von Science Fiction mit reinkommt, ob auch die Welt, in der wir leben, nicht besser zu beschreiben ist mit Science Fiction als mit nur Science alleine. Das ist so eine quasi der Fragestellungen, die mich interessieren. Und dann, das andere ist, glaube ich, weil Authentizität viel zum Beispiel, also ich versuche in meiner Praxis viel diese Plattformen, auf denen Fotografie, vernetzte Bilder gezeigt werden, zu analysieren, als auch einen ökonomischen Kontext, wie zum Beispiel Verkauf auf diesen Plattformen funktioniert. Und es ist oft so, dass auf diesen Plattformen mit Authentizität geworben wird. Zum Beispiel die authentische Reise nach Indien oder das authentische Essen in deinem Restaurant ums Eck oder wie auch immer. Und das sind so Dinge, die mir aufgefallen sind, wo es für mich wichtig war, zu schauen, wie hängt das eigentlich mit dem Digitalen zusammen, dass Menschen immer mehr dieses echte Erlebnis haben wollen. Aber auch, wie hängt das zum Beispiel mit Machtpolitik zusammen. Und ist es dann, also in dem einen Projekt, was ich jetzt nicht gezeigt habe, wo es auch um die Fake-Textilien geht, ist es zum Beispiel so, dass ich mit einer chinesischen Anthropologin gesprochen habe, die sagt, dass das auch eine Form von Neo-Orientalismus sein kann, wenn man immer das Authentische sucht in der anderen Kultur und die andere Kultur quasi in der Vergangenheit lebt, während man selbst das Authentische im Zeitgenössischen hat. Genau, das sind es. Ich glaube, wir haben hier eine Wortmeldung. Ist das eine Wortmeldung, Christoph? Hat jemand die Hand gehoben? Das Mikrofon ist noch stumm. Das stellt man links. Jetzt ist es an. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, vielen Dank. Ich bin das erste Mal heute in dieser Runde dabei und bin ganz angetan, auch von der Präsentation, für die ich mich auch herzlich bedanken möchte. Für mich war die Präsentation auch sehr dicht und ich bin auch noch so ein bisschen dabei, alles zu verstehen. Da werde ich, glaube ich, auch noch ein wenig Zeit brauchen. Also Mut habe ich gefasst, als das Wort authentisch eben von Herrn Zürborn angesprochen worden ist. Jetzt auch dazu eine Frage zu stellen. Also es gibt ja unterschiedliche Verständnisse von dem, was authentisch ist. Und ich habe nicht so ganz verstanden, wo Sie den Begriff ganz konkret einordnen oder ob Sie ihn situativ sehr unterschiedlich benutzen. Also ich habe authentisch bei Ihnen verstanden als echt, als Wahrheit, im Sinne von echt sein, von Wahrheit, Gegensatz von Fälschung. Aber authentisch, und da hat der Erik Schilling ja vor einiger Zeit ein ganz gutes Buch drüber geschrieben, bedeutet ja auch eine bestimmte Erwartungshaltung. Aber auch das Thema haben Sie gerade noch mal in Ihrer Replik hier angesprochen, Erwartungshaltung. Ja, also das simpelste Beispiel für mich ist immer, ich gehe in ein italienisches Restaurant und erwarte eine Pizza. Und wenn die nicht da ist, ist das Restaurant nicht authentisch. So, ich wollte Sie einfach nur noch mal fragen, wo Sie sozusagen diese Grenzen des Begriffes sehen und warum er bei Ihnen so schillernd ist, was ich übrigens sehr spannend fand. Dankeschön erstmal für die ganzen netten Komplimente. Ich glaube, darauf habe ich eine gute Antwort. Und zwar passiert es öfter, wenn man in Berlin oder in Köln in ein italienisches Restaurant geht und dann hört man albanische Musik. Und dann ist das inauthentisch. Dann ist das eine Art von Authentizität, die mich total interessiert. Und zwar finde ich genau diesen quasi, diese in meiner Praxis interessieren mich total oft diese Brüche von dem, was man eigentlich als authentisch erwarten würde und ob das dann wirklich das ist, was authentisch ist. Zum Beispiel, wenn es jetzt um die Fake-Textilien geht, würde man erwarten, dass das intellektuelle Eigentumsrecht eigentlich einen Autoren schützen möchte und deswegen dafür sorgt, dass man nur authentische Dinge auf dem Markt verkauft hat. Im Endeffekt funktioniert aber das intellektuelle Eigentumsrecht oft so, dass es einen großen Konzern schützt und den verteidigt gegenüber von kleinen Leuten, die in der Produktion arbeiten. Und dann ist es ja eigentlich theoretisch fast authentischer bei dem kleinen Mann, der auf dem Markt irgendwie seine Fake-Sneaker verkauft, dem irgendwie dafür, dass er 20 Stunden am Tag in der Kälte steht, seine 20 Euro hinzugeben, anstatt dem Konzern 100 Euro für das gleiche Produkt zu zahlen, was in der gleichen Fabrik gekauft wurde. Und ähnlich ist es auch mit der italienischen Pizza, dem albanischen Pizzamann in dem italienischen Drag, dass das auch auf den ersten Blick könnte man sich denken, scheiße, ich wollte gerne meine italienische Pizza eigentlich für mich nicht mehr kaufen. Auf den zweiten Blick haben ganz viele Albaner in Deutschland in den 90ern keine Papiere gehabt und die vom deutschen Staat nicht bekommen und haben sich dann italienische Flaggen vorne drauf gemacht, damit sie nicht so kontrolliert werden und machen trotzdem geile Pizza. Von daher sind das so Dinge, wo man zuerst denkt, also das finde ich irgendwie immer spannend, dass irgendwas ethisch oder moralisch besser legitimisiert wäre durch Authentizität und dann schaut man sich das an und eigentlich würde vielleicht die Authentizität genau andersrum besser funktionieren. Vielen Dank. Auf einem der Fotos, deswegen habe ich auch auf dem Skulpturalen oder dem Dreidimensionalen oder Installativen da so ein bisschen darauf abgehoben, sah man eine Person, ein Porträt im Grunde genommen, was geprintet war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auf Stoff, auf irgendwas Textiles auf jeden Fall und das so gesagt, je nachdem, wie man das aufhängt, wird der verzerrt, also wird das Gesicht der Person sozusagen verzerrt. Könnte das auch, hat das auch mit diesem Authentischen zu tun? Also könnte das eine Metapher sogar sein vielleicht für authentische Verzerrung, die entsteht, je nachdem, wie man auf Personen blickt oder wie man sie darstellt, fotografisch sage ich jetzt mal oder künstlerisch darstellt, hat das damit was zu tun? Das ist total, absolut, das war wirklich eine der Intentionen und das ist zum Beispiel auch so bei dem, was ihr gerade gesehen habt, dieses Bild quasi, was so auf Acryl gedruckt wird, es ist auch so, dass je nachdem, wie man sich im Raum bewegt, bricht das Licht anders auf diesem Acryl und man kann manchmal, ich hatte mal eine Kuratorin, die total genervt war, weil man es nicht so gut abfotografieren kann, weil man immer eine Spiegelung drauf hat. Und ich versuche, diese Fehler quasi mit einzubauen als auch ja als Übersetzung für, wie Identität auch konstrukt ist und je nachdem, wie man blickt, ist sie anders situiert. Und das ist für mich dann auch, also auch total spannend irgendwie, wenn ich quasi versuche, mit Leuten zusammenzuarbeiten, dass natürlich auch ich immer anders gelesen werde, während ich jetzt irgendwie im deutschen Kontext in Kanake bin, bin ich in Westafrika weiß. Und das sind natürlich andere Arten und Weisen, wie meine Identität gelesen wird und wie dann diese Art von gemeinsamer Identität versucht wird, mit quasi diesen, mit diesen Fehlern in den Raum gebracht zu werden und wegzugehen von dem, was ich theoretisch, also in der Art von Fotografie, in der ich auch eine Ausbildung hätte haben können, in meinem ersten Studium, die jetzt dann vielleicht eher eine klassische Porträtfotografie oder Modefotografie hätte sein können. Ich habe noch eine Frage. Du bist ja sehr gewandt in Theorie und in Sprache und hast uns ja hier einen großen Rundumschlag gegeben. Ist das Bestandteil dann deiner Installation? Das heißt, kommt das dann so als Beipackzettel an der Wand als Text oder zeigst du die Arbeiten auch ohne jeden textlichen und theoretische Einordnung und würde es denn funktionieren ohne textliche, theoretische Einordnung? Also es ist schon meistens so, dass, ich glaube, bei zwei Stellen hat man es vielleicht auch ganz gut gesehen, dass ich oft meine Recherche mit in die Installation durch Wallpaper bringe, auf denen viele Recherchezitate zu finden sind. Das ist sowohl bei dem ersten Werkzyklus Tales of Lipstick and Virtue so gewesen, als jetzt auch bei dem Werkzyklus, der gerade bei CO ausgestellt wird, dass ganz viel der Recherche auch mitgefüttert wird. Aber dadurch, dass ich einmal, also einmal interessiere ich mich für quasi die Schnittstellen von sogenannter Hoch- und Massenkultur, was, glaube ich, auch dadurch kommt, dass diese Art der Sprache keine Sprache ist, also es ist jetzt nicht so, als ob ich aus einer Familie kommen würde, die rein Working Class ist, aber teilweise Working Class und auch nicht aus dem Kontext, der jetzt hier bildungsbürgerlich funktioniert. Das heißt, es ist eine Sprache, die ich mir angeeignet habe, irgendwie in einem gewissen Alter, die ich total spannend finde, weil sie Dinge genau beschreiben kann, auf die ich eingehen möchte, die ich aber hoffe, dass sie auch Emotion und Affekt auslöst bei Menschen, die nicht den Zugang zu dieser Art von Sprache haben. Und ich glaube, manchmal funktioniert das, manchmal wird es ganz fehlinterpretiert und das ist auch geil, weil, also ich hatte zum Beispiel einmal, da habe ich das erste Projekt Tales of Lipstick and Virtue in Kroatien ausgestellt, da ist ein Nachbar reingekommen und hat gesagt, ah, haben Sie aus der Galerie wieder einen Laden gemacht? Und ich war so, nee, das ist meine Installation, aber kommen Sie doch heute Abend bei der Öffnung vorbei. Ich würde mich total freuen, Ihnen die Arbeit zu zeigen. Und da meinte er, mein Englisch ist so scheiße. Ich so, ey, kein Problem, wir haben später auch alle Texte auf Kroatisch hier. Und dann hat er sich die Texte durchgelesen, meinte, ey, ich verstehe immer noch nicht, wovon du redest. Und dann meinte ich so, ey, ist total legitim. Wenn du willst, kann ich versuchen, es anders zu mitteln. Und wenn du willst, wenn du dazu nicht diesen Zugang siehst, der meine Interpretation des Ganzen ist, aber du findest eine andere Art von Zugang, dann ist das auch perfekt, weil ich kann niemals den Betrachter kontrollieren. Und oft, wenn ich Dinge versuche zu erzählen, dann werden die hinterher ganz, ganz anders gelesen, auch wenn es direkt an der Wand steht. Deswegen hoffe ich, durch eine breite Arbeit verschiedene Zugangsmöglichkeiten zu ermöglichen. Ich würde gerne noch etwas sagen, wenn ich darf. Im musealen Kontext würden wir sicherlich da auf eine große Herausforderung stoßen, weil da scheint sozusagen die Tendenz der einfachen Sprache zu sein. Wie man das übersetzen mag, kann ich jetzt noch nicht sagen. Es ist ja auch vielerorts schon gesagt worden, es ist sehr komplex dargestellt worden. Sprache ist natürlich auch eine Währung. Du hast über Währungsmechanismen gesprochen und da setzt du natürlich in gewisser Weise auch irgendwie deine Kompetenz. Das wird gleich nochmal eine Frage sein, die schon Boris in gewisser Weise angesprochen hat. Aber bevor ich diese Frage stelle, würde ich vielleicht nochmal gerne wissen, welchen Nervet es hat, dass man, sagen wir, Sneakers von Prominenten als authentisch oder als Fake-Textilien identifizieren kann. Das würde mich jetzt einfach nur aus privater Sicht interessieren, warum das so eigentlich in einer breiten Öffentlichkeit so von besonderem Interesse liegt, weil ob das nun Fake oder ob das nun irgendwie halt einfach authentisch ist, macht ja eigentlich mich auch als jemand, der das dann weiß, nicht zu einem besseren Menschen. Vielleicht musst du gar nicht darauf irgendwie antworten, aber meine Frage, die darauf anschließt, ist, bei dieser, wie schaffst du diese Balance, und das hast du ja schon irgendwie angesprochen, und wie schaffst du diese Balance eben halt zwischen diesem theoretischen Background, der ja in gewisser Weise geballt eben halt natürlich mit Begriffen hantiert, die man so schnell, du sie auch erwähnst, überhaupt gar nicht fassen kann. Und es baut sich sozusagen hier eine eigene Projektionsfläche für mich als Betrachter zusammen. Wie schaffst du die Balance zwischen diesem theoretischen Background und eben halt der ästhetischen Umsetzung? Boris hat es schon eigentlich angesprochen, ob man jetzt im Grunde genommen Texte benutzt, um das zu erläutern, aber jeder, der im musealen Kontext arbeitet, weiß, wir versuchen ja so möglichst wenig Sprache in Installationen zu fassen, weil wir ja davon ausgehen, dass an sich eigentlich das Visuelle eine eigene Sprache ausmacht. Aber das würde mich vielleicht noch mal so aus deinen Herangehensweisen interessieren, wie du diese Balance irgendwie schaffst. Ich glaube, es gibt verschiedene Optionen. Dadurch, dass ich glaube, dass meine Arbeiten trotzdem viel mit Affekt arbeiten und mit Emotion und Materialität, ist es, glaube ich, möglich, dass man ein Grundverständnis der Arbeiten bekommt, ohne dass man den gesamten theoretischen Unterbau jetzt gerade versteht. Und gleichzeitig glaube ich, dass es auch die Möglichkeit gibt, den Betrachter entscheiden zu lassen, wie tief man in das Werk einsteigen möchte oder nicht. Das heißt, ich merke auch ganz oft bei Installationen, dass man sich eine Videoarbeit vielleicht nur vier Minuten anguckt und die wird man nicht verstehen, wenn man sich die nicht 20 Minuten anguckt. Oder dass man, dass ich selbst meine Galerie, die zur Ausstellung kommt, vielleicht den Text von irgendwie 50 Zitaten, zehn Zitate durchliest. Und dass das aber völlig legitim ist, weil, glaube ich, die meisten Werkzyklen lassen sich schon in einem kleinen Absatz beschreiben. Und wenn sie sich nicht in einem Absatz beschreiben lassen, dann ist es so, ich mache viele Vermittlungsprogramme auch mit Jugendlichen oder mit Gruppen, die vielleicht keine alltäglichen Museumsbesucher sind, dass es trotzdem meistens dadurch, dass auch so viel Popkultur referenziert wird, einen Zugang gibt zu etwas, womit man sich identifizieren kann. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir sind jetzt schon fast an das Ende der Vorstellung. Zeitlich ist das eine Punktlandung. Ich glaube, vielen Dank. Vielen Dank.